Vergessen Sie nicht, Ihr Projekt zu archivieren, damit alle Ihre Medien zusammengefasst und gesichert bleiben. Der Grund? iDVD verlinkt intern lediglich zu den Originalmedien und Ihre iDVD-Datei enthält keine Kopien. Am Ende Ihres Projektes, wenn Sie das Ganze zum Beispiel auch schon als DVD ausgegeben haben, archivieren Sie das Projekt. Das können Sie über das Menü über Ablage Projekt archivieren. Denn es ist ganz wichtig, dass Sie das tun. Sie haben zwar das Projekt, mein erstes Projekt, innerhalb Ihres Dokumentenordners ganz automatisch abgelegt bekommen, aber alle Medien, wenn ich hier mal auf die Filme gehe, auf hier wieder die Filme, sind im Endeffekt nur links. Wir haben zwar über die Medien das Ganze hier integriert, aber das ist nicht der komplette Film, sondern das ist nur ein Link. Sobald also dieser Film zum Beispiel von Ihrer iMovie Mediathek oder von Ihrem Filmordner verschwindet, dieser hier, ist es natürlich weg. Das heißt, er hat den Link verloren und er kann das Ganze nicht mehr ausgeben. Genauso ist das mit den Bildern. Wenn ich mal zurückgehe auf die Diashows und hier zum Beispiel mal in Zellen am Abend mir das anzeigen lasse, dann sind das auch nur wieder links zu den Bildern. Ich habe zwar meine Bilder hier hineingezogen, aber natürlich liegen nicht die Bilder, den Daten innerhalb dieses Projektes. Es ist nur ein Link. Das werden Sie auch sehen, wenn Sie mal die Größe Ihres Projektes auf dem Finder anschauen. Gerade deswegen ist es ganz wichtig, am Ende Ihres Projektes das Ganze wirklich zu archivieren. Sie klicken einfach auf Projekt archivieren und Sie können es innerhalb zum Beispiel auch Ihrer Dokumente abspeichern und sehen also die Größe, denn inklusive der Themen haben wir alleine eine Größe von 284 MB. Wenn wir dann auch noch die kodierten Dateien haben, wird es natürlich extrem groß, denn das Ganze wird ja auch auf DVD gebrannt. Das hat ja mindestens 4 GB. Das am besten auf einer externen Festplatte speichern, damit die Daten auch nicht verloren gehen. Sobald Sie auf sichern gehen, können Sie also ganz getrost sich zurücklehnen und Sie haben alle Daten Ihres ersten Projektes. Vielen Dank. Vielen Dank.